Also, gut. Äh, so. Schauen wir uns doch mal einfach weiter um. Ich hab natürlich gar keinen Plan mehr, wann, wie, wo, wer... ... das letzte Mal... Es? Ich hab mich doch geöffnet, ja. Was da bedeuten würde, ich weiß schon mal. Was da so klingt, als ob ich hier noch nicht war. Aha. Es? Wo? Gibt's. Noch n'wurm. Hi. Quatsch. So. Hi. Mhm. Okay, 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 okay. Hey, Kiste. Also, irgendwie kommt's mir dann doch so vor, als wenn ich hier schon gewesen wäre. Irgendwie kommt's mir sogar sehr so vor, als wäre ich hier schon gewesen. Das ist seltsam. Sehr sogar. Extrem. Strahlung? Oh. Nein. Mhm. Wo war's noch gleich? Ach, was soll's? Da machen wir's halt auf. Ja, Tommy, tu das doch mal. Ah. Ah. Gut. Da geht's nicht lang. Schon seltsam. Hier ist doch ein Lock. Also, hier war ich noch nicht. Hm. Hier ist noch ein Lock. Habe ich dir einfach nicht mitgenommen? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich bin Rebecca, so nahe, es treib' mich fast zum Wahnsinn. Ich habe einige Besatzungsmitglieder getroffen, die sagen, sie hätten sie gesehen. Sie wollen mir helfen, sie zu finden, wenn ich ihnen beim Aufbau und des Senders helfe. Sie wollen die Erde retten. Ich will nur Rebecca, und danach kümmere ich mich um die Erde. Ähm. Bin ich jetzt ernsthaft wirklich im Kreis gelaufen? Ich glaube schon Kreislauf. Ja, nehmen wir mal ein paar Prismen mit. Jetzt sehe ich ja, ob ich hier schon mal war, oder nicht. Hoffe ich. Hallo, liebe Ecke. Mir fällt am Übrigen auf, meine Pistole ist in einem scheiß Zustand. Naja. So. Ach, so ein Unfug. Besser. Autsch. Kipp hier. Autsch. So, nö. Aber ansonsten geht's euch noch ganz danke, ja. Ja. Wo ist hier was? Ja, da oben. Haha. Dein Fleisch. Der spricht Sersis. Try Optimum möchte sie daran erinnern, dass es nur noch 173 Einkaufstage bis Weihnachten gibt. Eine zusätzliche Arbeitsschicht zweimal die Woche. Kann ihnen das wieder Stundenbild anbringen, um diesen Feiertag gebühren zu gießen? Nö. Nö. Ja. Verstanden? Verstanden, bleibere Anweisungen? Okay, 36 Prismen. Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ja. Na super. Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Danke, 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 dass Sie Value Rep benutzt haben. Ich glaube, die könnte ich brauchen. Wo rennt der rum? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das wirklich wissen will, ich will nur... Der ist unbrauchbar, na toll. Hi. Hätte aber sein können, dass der mal was Schönes für mich dabei hat, aber nö. Oh, Bilder, da war was mit Zahlen, ich erinnere mich, dunkel. Hier scheinbar nicht. Ne, da war eine 4. Wir merken uns eine 4. Haben wir schon. Ja, das mit Zahlen, ähm... Das ist schön für dich. Weißt du was? Ach, ne Pseispritze, na ja. Wie das? Ah, ja. Oh, hi. Komm, lauf hier lang. Hey. Kannst du mir jetzt einfach hier allein lassen. Geht, Mann. Äh, hm, hm. Hallo. Was ist da eigentlich sonst noch? Ach, doch, so wenig. Danke, dass Sie Value Rep benutzt haben. Ja, ich habe irgendwie so ein Heilzeugtrip gerade. Ich habe so das Gefühl, das könnte nochmal sinnvoll sein. Hier war ich schon. Tut mir leid, aber ich kann nicht sehen, wo Sie sind. Ich kann doch nicht sagen, dass mir es gerade irgendwie leid tut. Ich kann nicht so ein Lärm machen. Er ist nicht so, wirklich. Ich finde mich schon ganz alleine zurecht. Ich bin schon groß. Ich mache ja keinen Lärm oder so, nein. Ich sag's, es wird erst gar nicht gefallen. Wo ist er denn? Ach, da oben. Ah, gut. Was haben wir denn noch an Updates? Nett. Auch nett. Kann ich Ihnen helfen, etwas zu finden? Naja. Ich bin sicher, dass es genau das ist, was Sie suchen. Naja. Das ist eigentlich nicht so sehr. Der Trend benutzt sich nicht so oft. Okay, das ist gar nicht so doof. Wie many destroyed robots you can use as item 2? Also dann kriege ich da so ein, ähm, Wartungsding, ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich muss sagen, Sie haben einen guten Geschmack. Versuchen wir es doch mal damit. Ups. Falsche Taste. Sofort, mein Herr. Ich sollte nochmal gucken, wenn ich da hochkomme, um mein neues Implantat auszuprobieren. Ähm, mein neues Verbesser... Das Ding halt, so. Ja. Sag's, es wird erst gar nicht gefallen. Hi. Hm. So, finde ich, das ist allerdings weniger cool. Ah. Da hinterlässt du hier nix? Gar nix? Überhaupt nix? Ja, ich hab das Log gesehen. Und sonst ist hier auch nix. Okay. Ja, gut, eine Zeitschrift, aber... Was interessiert mich die? Verdammt. Da kann ich ja gleich alle meine Naniten verbrennen. Die Nacht mit Niki war fantastisch. Holo-Frau, echte Frau, die Technologie ist einfach toll. Aber anscheinend habe ich alle meine Naniten in ihrem Zimmer im Sinusal-Sinn-Zentrum vergessen. Ich bin ein Idiot. So, was soll es geben, ja? Wo ist dieses blöde Kamerading? Ach, da oben, ah. So. Hier spricht Sersis. Try Optimum möchte Sie daran erinnern, dass es nur noch 163 Angriffstage bis morgen verliebt. Alle zusätzliche Arbeitsschichten waren bei den Bühnen. Einmal das Führerstoffen. Hilfe, ich werde davon Insekten verfolgen, ich hasse es. Hier blöden Viecher, hier blöden. Ich hasse Mücken. Gibt es hier keine Mückenstecker oder sowas? Ah, toll. Achso, ja, starten. Hm, genau. Finko dann. Geht auch mäßig gut weiter. Na? Ah, leck mich doch am Arsch. Ja, genau. Ah. 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 Umspielte Patronen sind, ne? Zwei Spritze jetzt nicht so sehr, aber okay. Immerhin, ein bisschen was. Du warst total kaputt. Ein bisschen unerforschtes Objekt. Achso, ja, das ist eins von denen. Die dürfte ja schon sieben Millionen Mal im Inventar haben, gehabt haben und erforscht haben und überhaupt nicht. Jetzt, wo ich das Ding mit den Robots genommen habe, kommt natürlich kein Roboter mehr, das so. Fui, sowas. Ist absolut okay, muss klar sein.